dann schauen wir doch mal was ist da erwartet dieses mal komm schon lass mich einfach auf machen einfach geradeaus das ist immer so die sache ja sucht mal und dann wird es auf der karte angezeigt ist natürlich schon sinnvoll dass das gemacht wird weil ich glaube ansonsten kannst du dich hier natürlich tot suchen gerade weil er einem ja gar keinen hinweis gegeben hat aber nicht angreifen die gehören jetzt auch zu anghof eigentlich von daher ganz schön nett dass ich einfach durch darf sie sind auch alle weiterhin freundlich zu mir hier stehen steht anghof und auch hier julien im leben treffen wir viele entscheidungen von denen wir ernsthaft annehmen dass sie richtig sind dieser körper zum beispiel aber ein geschenk vom herrn dieses reichs er sagte er würde mir die kraft geben die verdirbnis von glenumbra zu stürzen er hat gelogen ja interessiert mich jetzt nicht groß ich bin eigentlich hier um die leute der magiergilde zu rennen schaut euch doch um würde die zelle eines gefängnisses öffnen nur um sie in ein anderes zu entlassen dieses ganze reich ist ein gefängnis nein es gibt keinen weg eure magier zu retten wir alle sind hier gefangen für immer auch laber doch nicht natürlich für text wird es schwer den kampf zu gewinnen aber wenn wir nicht kämpfen haben wir schon verloren naja auch gar nichts und es ist champions müssen fallen benutzt meine samen pflanzt sie in die leichen jener die ihr erschlagt um neue verbündete zu erhalten es wird nicht leicht werden und wahrscheinlich werdet ihr auch nicht gewinnen aber ihr seid seit meiner ankunft hier meine beste chance all das hier zu einem ende zu bringen ja jetzt haben wir leider nicht mitbekommen was er gesagt hat weil ein kleiner leck da war und dadurch habe ich direkt den nächsten chat aufgemacht vielleicht schafft ihr es irgendwie die millisekunde anzuhalten die das andere da stand dann könnt ihr euch noch mal durchlesen ich weiß es jetzt leider nicht warum finde ich jetzt gerade sehr ärgerlich weil eigentlich wollte ich das schon mitnehmen muss ich jetzt lange ich muss jetzt schon mal hier runter ich muss jetzt die anderen champions besiegen das finde ich eigentlich nicht gut also ich gehe jetzt mal davon aus dass die anderen champions die an die von der magiergilde sind also die beiden magier sind oder nicht also eigentlich wollte ich die hier ja alle retten und nicht nur ein aber prinzipiell hatte das natürlich der hatte dass der beobachter ja gesagt dass ich das nicht schaffen werde ich habe ja gar nicht meine das war verdammt knapp ist das jetzt die richtige quest ja eigentlich schon ach ach die kämpfe jetzt an meiner seite das heißt das ganze macht das einfach ok schauen wir nur einmal sollen wir reichen der eine so hier ist talix champion natürlich muss ich jetzt echt beide besiegen aufhören es tut mir leid ich möchte dir nichts tun nein nein wir haben einen der champions besiegt beeindruckend endlich wird das spiel interessant er ist die spawnd also er ist nicht tot oder also er ist irgendwie erlebt noch ist dann weggelaufen und ist dann die spawnd ist jetzt die frage bin ich ja mal gespannt was jetzt wirklich passiert ob der jetzt so gesehen hier aus der welt wieder zurückkehrt ist und in der anderen jetzt kämpfen kann äh nicht kämpfen aber in der anderen jetzt wieder leben wird oder ob der jetzt tatsächlich tot ist und ich ihn hier dadurch dass ich ihn hier getötet habe er jetzt endgültig tot ist auch lass mich doch nicht von da ist auch mein gefährte wieder eigentlich wäre aufmauern intelligenter aber da habe ich die bestimmten sowieso nur wieder abmauern kann ich jetzt auch kämpfen von den seiten von den seiten was hast du von den seiten vor so ich muss noch nach ganz da hinten kann ich hier sinnvoll drumrum oder kommen wir gleich wieder irgendwo mauern du interessiert dich interessiert sie ja doch du interessierst sie für mich hier sind wir nach allem was unser meister euch versprochen hat tut ihr uns das an komm schon ich möchte dich auch wieder nicht töten der war schon so am zögern als er belohnung gesagt hat er führt noch irgendwas im schilde also da erwartet uns vielleicht noch irgendeine neue regeländerung da bin ich mir ziemlich sicher mal schauen was und wie gesagt immer noch schauen was wirklich mit den magiern los ist also mit den beiden die ich gerade besiege ich sage einfach mal besiegt weil wie gesagt sie sind ja nicht gestorben eigentlich so du bist auf jeden fall hier keine Ahnung was jetzt genau vor sich geht wirklich ich wusste ihr könnt es schaffen nun ich meine ich hatte natürlich keine echte gewissheit dass ihr es schaffen würdet aber ich hatte sehr wohl ein gutes gefühl bei euch habt ihr die anderen gesehen ja irgendwie sind die weg ich weiß nicht was genau mit ihnen passiert ist ich muss sie finden wir sind gemeinsam hier hinein geraten und wir werden auch genauso wieder herauskommen ganz nebenbei gefragt wohin wolltet ihr denn eigentlich gerade so eilig wenn ich das mal so hundertprozentig wüsste angeblich bekomme ich eine belohnung die belohnung ich bin ziemlich sicher dass ihr nichts davon haben wollt was der beobachter anzubieten hat aber seid nur vorsichtig da oben hört ihr ich habe ein schlechtes gefühl dabei da bist du nicht alleine also ich gehe nicht davon aus dass mich hier irgendwas tolles erwartet so na wo bist du heißt jetzt auch schon überlebt niemand in der geschichte meiner spieler hat es lege schafft zwei champions zu besiegen aber jetzt müsst ihr noch eine herausforderung meistern durch dich jetzt besiegen wer sieht mein rechter und erreicht das portal um eure belohung zu erinnern das ist meine güte beobachter du bist echt ja ziemlich mickrig und du sagst das hat noch keiner geschafft geschafft jetzt eure wahre belohnung macht euch bereit mir gegenüber zu stehen irgendwie sondern freundlich ihr werdet dem beobachter nicht allein gegenüberstehen wir stehen das gemeinsam durch ich brauche eure hilfe eigentlich nicht aber ja dieser wettbewerb zwischen den stadt die euch überlegt eure einmischung stört mich magier der fahrt lästiger magier shit hat er jetzt echt noch ein magier besiegt ja die magier sind doch hier wo sind sie hä sind sie jetzt hat er sie jetzt über kalthafen feld nein hier what the fuck wo wo bin ich hä warum ist der beobachter schon wieder hier wie aufregend ihr habt das spiel gewonnen das nicht gewonnen werden konnte ihr habt euch gegen die regeln des reichs gestellt gute arbeit gute arbeit so richtig blicke ich gerade nicht durch was passiert ist verwirrend nicht wahr so ist der lauf der dinge in kalthafen das spiel geht immer weiter also muss es auch immer einen spielleiter geben trotzdem zeige ich mich erstaunt dass sie es geschafft haben das spiel zu gewinnen das hätte eigentlich unmöglich sein sollen also wählt eure belohnung wo zwischen darf ich mich entscheiden ihr habt gewonnen ohne luk und betrug also dürft ihr euch einen begleiter auswählen bevor ihr geht nur einen die andere müssen hier bleiben und weiterspielen bis sie den sieg für sich selbst erringen können nun seid ihr bereit eure entscheidung zu treffen ich spreche erstmal mit ihnen wenn ich darf wie ihr wünscht aber lasst euch nicht zu viel zeit ich habe da ein spiel zu dem ich zurückkehren muss sprecht wieder mit mir sobald ihr eure entscheidung getroffen habt ok mache ich ich darf mich jetzt zwischen anghof und den magiern entscheiden oder einem magier lasst mich zurück ihr müsst die anderen nehmen und gehen das ist eure einzige möglichkeit das ist mal nobel von dir schaut mich an ich bin ein monster ich verdiene mein schicksal die anderen sie haben nichts falsch gemacht ihr kamt her um sie zu retten also bringt zu ende was ihr angefangen habt das ist der nobel von ihm jetzt weiß ich nur nicht ob die hilfe die er mir bringt vielleicht das wert wäre es spielt keine rolle ihr habt getan was ich nicht konnte ihr habt das spiel gewonnen jetzt nehmt die magier und schafft euch von hier fort ehe der beobachter die regeln noch einmal ändert ok wie gesagt sehr noble von ihm wenn ihr eure endgültige entscheidung trefft denkt an den grund aus dem wir alle in dieses furchtbare reich gekommen sind ihr müsst denjenigen wählen von dem ihr denkt dass er euch am besten in den kommenden kämpfen helfen kann wie eure entscheidung auch ausfällt ich weiß sie wird richtig sein ok also sie gehen davon aus dass er mir mehr helfen kann angoffs macht ist weitaus größer als unsere ihr werdet jemanden von seinem kaliber an eurer seite brauchen um molagbal zu besiegen es ist einfach vernünftiger angoff anstelle von uns auszuwählen meine güte jetzt sind die alle so vernünftig eingestellt was das ist ja grauenhaft kann nicht einer mal so ein bisschen selbstverliebt sein oder an selbsterhaltung glauben und sagt hier nehmen nämlich oder nehmen uns denkt mit eurem kopf und nicht mit eurem herzen angoff gibt euch eine chance auf den sieg das wissen wir doch beide ich wünschte es gäbe einen anderen weg ich wünschte wir könnten hier alle einfach so gemeinsam raus spazieren aber nirn ist weitaus wichtiger als ein trio magier wisst ihr was sobald molagbal tot ist sollte das ganze hier sowieso in sich zusammenfallen und dann sollten eigentlich die magier gerettet werden oder nicht wie lautet eure entscheidung weil das gleichgewicht des spiels erhalten bleiben muss wenn ihr angoff wählt dann nehmen die magier seinen platz ein wenn ihr die magier will dann bleibt angoff als einer der anführer im spiel ihr habt glück dass ich mich überhaupt zu dieser belohnung bereit erklärt habe wollen wir es testen was passiert wenn ich ihn einschüchter ach komm was wie könnt ihr es wagen mir zu drohen ihr habt glück dass ich euch überhaupt eine belohnung gegeben habe das gleichgewicht das gleichgewicht muss erhalten bleiben das gleichgewicht wird sowieso bald für ein und für immer zerstört werden ich was für eine botellose wie könnt ihr es wagen nun gut nehmt sie alle und kehrt nicht zurück mein meister wird zornig sein aber nicht so völlig außer sich wie er es wäre wenn das spiel dauerhaft gestört würde nun schafft euch davon weiß damit hatte ich jetzt echt nicht gerechtet dass das klappen wird ja gut damit ist die entscheidung gefallen ich habe sie alle ich hatte einst freunde und verbündete champions die mich niemals verlassen hätten egal wie hoch der preis gewesen wäre aber das war damals bevor ich zu diesem monster wurde genug ich muss die magie finden die mir meine menschliche form wiedergibt ich glaube in der leeren stadt werden mehr als genug magier sein die dabei irgendwie helfen können solange du uns die treue schwörst ich habe gerüchte über so einen ort gehört wir sollten sofort dorthin gehen und habt keine angst ich werde dafür sorgen dass eure freunde sicher ankommen vielleicht liefert die stadt mir mehr hinweise auf die magie nach der ich suche ganz bestimmt und vielen dank so ja das war doch mal eine angenehme überraschung dass wir es tatsächlich geschafft haben das müsste doch der richtige ort sein ja hier verbündete zu bekommen hey catwell ist hier hast du mir was zu sagen catwell bleib zurück widerwärtige bestie sonst werde ich euch abschlachten hier seid es geht ihr spazieren genießt ihr die schöne landschaft eigentlich bin ich hier um leute zu rennen und ihr leistet dabei großartige arbeit ganz wunderbar wartet einen augenblick seid ihr durch das portal gegangen habt ihr den beobachter getroffen so sieht das aus ganz wunderbar ich wollte schon immer beim spiel des beobachters mitspielen doch da ihr das nun getan habt hat das wohl nur noch wenig sinn oder ich bin sicher ich finde schon eine andere obliegenheit um mich zu beschäftigen also wo waren wir warum bin ich noch gleich hierher gekommen du wolltest hier die leute in die stadt führen brillant einfach großartig wahrlich ich wünschte mir wäre das eingefallen dann aber ab mit euch ich werde dafür sorgen dass alle heil und einigermaßen unversehrt in der leeren stadt ankommen ja mit diesem wunderbaren gespräch mit catwell sind wir beim ende angekommen für heute war doch mal ganz interessant wir haben auf jeden fall neue verbündete gewonnen da freue ich mich und vor allem auch mit angehoff der dürfte wahrscheinlich in der tat eine ziemliche unterstützung sein ich bedanke mich jetzt auf jeden fall fürs zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder wenn wir dann tatsächlich in die katakombe gehen bis dann jetzt bis dann bis dann Vielen Dank.